Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist ein kurzer Einblick in die Folge 36 von Licht auf Tarot in die Hofkarten und zwar in die Folge 14 der Hofkarten. Wir schauen hier die Königin der Scheiben an. Manchmal wird sie auch Königin der Münzen genannt oder Königin des Goldes und die Königinnen verkörpern immer das Wasserelement und die Münzen immer das Erdelement. Das heißt, wir haben hier den Bezug zwischen Wasser und Erde beziehungsweise auch das Wasser der Erde und die Königinnen, die repräsentieren immer weibliche Energien. Sie sind immer das Yin zum männlichen Yang und sie herrschen über ihren Hof und ihr Volk und stehen ihrem König zur Seite und von dem her sprechen sie immer bestimmte weibliche Qualitäten in uns an und eine Königin ist eigentlich immer die Ehefrau oder die Mutter des Königs. Und damit fallen ihr am Hof bestimmte Aufgaben zu, wie beispielsweise ihre Rolle als Vermittlerin und Beraterin und in Abwesenheit des Königs treffen sie Entscheidungen, die die Stabilität des Königsreichs sicherstellen müssen und tragen also alle drei eine Menge Verantwortung. Ja und die Schlüsselwörter zu dieser Karte sind Bodenständigkeit, Lebenserfahrung, Zuverlässigkeit, Eigenverantwortung, Kraft und Ausdauer, Präsentsein, Achtsamkeit und Heilung, aber auch an vergangenem Hängen, Samskaras und eine Angst vor Mangel haben, möglicherweise auch ein Streben nach ewiger Jugend. Ja und wenn du dir diese drei Karten vertieft mit mir anschauen möchtest, dann findest du auf meiner Internetseite alle Infos zu Licht auf Tarot. Alles Liebe. Ehefrau